Danke, ihr lieben Stenno-Freunde und Freundinnen vom 08.07.2013. Danke dafür, dass ihr Stenno auf YouTube bringt. Punkt. Wenn wir uns jetzt noch wechselseitig bis bald Botschaften in Stenno, auf YouTube zu senden, dann kann es erst richtig losgehen. Punkt. Ich nutze seit vielen Jahren Stenno für Notizen und habe meine eigene Handschrift entwickelt, Komma, die von mir selber gut zu lesen ist, Komma, die aber für andere Probleme bereiten könnte. Punkt. Deshalb spreche ich mein Stenogramm einfach als Tonspur mit Komma, damit es jeder lesen und verfolgen kann. Punkt. Wer möchte, Komma, kann es in Stenno-Schönschrift an den Stellen verbessern, Komma, wo er etwas nicht lesen konnte. Punkt. Bis bald. Friedemach. Mit einem Herzchen.